Hallo Leute, heute spielen wir den Taisy Ouna. Gibt es genau alles andere, wie immer in der Videobeschreibung. Und mit dem Spiel schauen wir uns erstmal die Credits an. Dann wollen wir mal spielen. Play! Michael hat ein neues Haus gekauft, zum ganz günstigen Preis. Erste 10. Eigentümer auf dem Haus im letzten Monat. Keiner weiß, warum das Haus so wenig gekostet hätte. Well, I saw the last owners of this house. Das Haus ist ein Fuller von Michael nicht. Also das Haus hätte bla bla bla. Und das ist genau das Richtige, was Michael braucht. Aber warum, weshalb so viele Eigentümer gehabt hat, keiner weiß. Soll ich mich im Haus rum schauen, danach soll ich ins Bett gehen und schlafen. Macht man ja eigentlich auch. Hold A to open door. Na ja, dann schauen wir mal was uns nicht erwartet. Ich bin gespannt. Spann. Aha. Naja. Ich habe mir den Unity Engine gemacht. Man sieht es glaube ich. Brauch ich nicht. Ähm. Extra betone. Fernseher. Kann ich da was machen? Nui. Na ja. Hm. Könnte mir ein bisschen Sound haben oder so. Wäre auch nicht schlecht. Machen kann ich nicht. Püsch. Jo. Wie geht es euch heute? So langsam rückt ja Weihnachten immer näher. Oh. Tausendfahrt wieder die Nachrichtsünft rum. Kann ich ja was machen? Nein. Aufs Bad. Jo tjo. Das öffne. Auch nicht. Das ist dann nicht viel auch eine kühle Box. Benutzt es heutzutage eigentlich noch hier? Man ist das anlag oder so? Ich glaube nicht oder? Tja. Was ist so das Haus? Ich weiß den, ich weiß den. Tja. Ta¥, sag' mal. Tja. 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 Ja. Tja. Tja. Wie ist er gar nicht? Ich will mich herumgucken, aber Eier Hallo Wenn jetzt noch was passieren wird, das wäre ja nicht schlecht, ne? Keine Ahnung, was ich hier mache, sind Ich Fernseher, mit dem ich nichts einheulen kann Tja Was soll ich hier tun? I don't know Ist das das ganze Spiel? Ich soll rumlaufen bis zum Sankt Nimmerlein sagen wir mal gerade oder Tür zu oder? Habe ich wenigstens etwas gemacht? Ohohohoh Warte mal Spür zu machen Jetzt schließe ich mich ein, gehe aufs Tür Also Ich weiß Ich kann auch nichts machen Machen Go to kitchen and eat something Drink 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 Ich weiß 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 Oh Ich weiß Ah, die Mausteuerung! I don't remember this ice game when this eggs are gone. Ah, I don't remember this ice game when this eggs are gone. Also, er will schlafen, oder ist besser als schlafen, aber die Achsel ist bitte. Kann ich mitnehmen? Warum nicht? Ich bin die Achsel! Wo waren wir als Bettchen? Na, ich schau mich lieber noch mal da um. Ich sehe, dass hier noch irgendein Kollege auf uns wartet und man weiß ja nicht mehr. Das war das Badezimmer. Na, guck mal lieber mal rein, nicht dass jemand in der Badewanne liegt. Oha, der Klo war auch nicht. Da war auch da oben. Heißt, das schlafen wir nicht mehr? Nee. Heißt das ständig? Nee. Oha, wer klopft zu spät an meiner Tür? Es ist noch nicht Weihnacht. Also der Nikolaus kann es nicht sein. Oder der Weihnachtsmann. In diesem Falle. Denn Nikolaus ist schon schön rum. Ja, wer erwartet uns in dieser Tür? Gönne. Gönne. Hallo? Wenn das der Haupteingang ist, wo ist da jemand? Doch, da. Nach einer Woche in der Woche ist er meine Frau Regen, die Polizei. Die fireworks sind nicht so gut. Ich in die Woche wendet. Ich habe nicht so gedacht, das vielleicht weiß ich nicht. Ich habe nicht so ausgedacht. Aber ich habe aber... Das ist doch nicht so ausgedacht. Und jetzt ist der Detektiv da, aber der Michael ist verschwunden. Also jetzt bin ich anscheinend der Detektiv nach dem Michael Sieg. Also das Spiel hat zwar keine Logik. Gelegt das? Hallo? Aber wegen set von Musik ist schlecht. Und die Musik finde ich eigentlich geil und das ist schlecht. Und irgendwie hat das Spiel auch was, obwohl es irgendwie ziemlich... Aber es macht ein bisschen Laune. Aber die stupide Musik fällt mir irgendwie... Ich finde das sind mal alte schwarze Neckarfilme. Also Kohl oder so. What? Do you know Pess M? Wow, now it is clear why he is not coming to work. So now after the case. Also jetzt ist ihm klar, warum der Michael damit so arbeitet könne. Und jetzt kann er ja nach Hause gehen, ne. Oh. Oh ja klar. Oh, ich habe einen Pfund, ich gehe nach Hause, ne. Der Olle Sack bleibt jetzt mal da liegen, ne. Ach, warum nicht? Das war das? Screamin und das Haus einige schenken. Oh ja klar. Erst abhauen wolle und jetzt kaum hätten Frau geschrien. Ja, schon rennen sie alle, ne? Obwohl, wenn Frau sei, soll man ja immer rennen, ne? Immer rennen und helfen, egal was ich. Was? Komm herrrr. Ich bin ja da. Ich hab eine Axt. Oh, den stand du. Oh. My name is Michael. Was wird uns hier jetzt immer noch erwartet? Komm herrrr. Ja, ich komme. Ich komme. Eile zur Hilfe. Was will er jetzt mit uns? Komm herrrr. Komm herrrr. Komm herrrr. Aber wohin? Komm herrrr. Komm herrrr. Komm herrrr. Kannst du die Tür fliegen auch? Ah! Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Komm herrrr. Komm herrrr. Komm herrrr. Komm herrrr. Komm herrrr. Komm herrrr. Mit dem Schuh. Weiß nicht. Ich will die Gläser. Ich will die Gläser. Ich will die Gläser. Ich will mich nicht suchen. Ich will mich nicht suchen. Also ich soll den Platz suchen und ich soll mich beeilen und wünsche mir viel Glück. Danke. Ja, das ist ja auch hier, die historien aus dem Lädes, ja, das ist ja auch hier. Wo war der Haier? Reinhardt! 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 Run to the bedroom! Jör tuh hine! Reinhardt! Aber du bist... Am 13. Police found Detective Leonid dead. Also, der Detective haben sie auch tot gefunden. They also found Michael, buddy, but don't know what happened. Keiner weiß, was passiert ist. Nach einem Monat official closed the case. Also, sie haben die Akte geschlossen. Leonid came to the house to search Michael, who killed him with an X. And after he killed himself, The Yeah, Leute. Das war's mit The Teezy... Dingsbumster... Also, der 10. Eigentümer. Teezy owner. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Na ja, war ganz nett und für zwischendurch kann man es mal machen, Sound war ok. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet, würde ich mich freuen. Ansonsten habt ihr euch lieb. Tschüssi.